Jeden Tag die gleichen Gesichter! Jeden Tag die gleichen Gesichter! Gruzze 15 Nummer! Entschuldigen Sie, nicht Sie, achst du, um Gottes Willen, nicht Sie, Sie vielleicht, aber Sie nicht. Nein, Sie sind ein drittes Aktpublikum, so wie man sich ein drittes Aktpublikum nur als dritter Aktkomiker vorstellen kann. Man kommt herein und es ist da so der Applaus! Ich danke für die Gratulationen! Seit 50 Jahren bin ich hier in diesem, dem schönsten Ringstraßenhotel der Welt. Ich bin da hinten, auf der blauen Garnetur, bin ich ins Leben geworfen worden. Meine Mama, die Frau Maria, war eine Stubenmadel, der Herr Chef hat es sehr gern gehabt vor 50 Jahren. Ja, da bin ich gleich oben gefahren, seither schau ich so aus. Aber ich sage Ihnen eins, wegen des Applauses jetzt, ich danke Ihnen, dass Sie mir einen Applaus geben konnten. Vielen Dank und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute auf die Nacht wieder ein Kufstein sein darf. Wenn du mich setzen kannst, war ich, was du noch meinst. Du brauchst mich alles sehr, du brauchst mich nicht mehr. Du brauchst mich alles sehr, du brauchst mich nicht mehr. Ich kenne auch Berlin und sogar, weil du stehst, doch ist dich nicht schön, ganz fest, die Japan-Fest. Ich kann mal stehen, solange noch die Rosen grünen, Gott ist die ganze Welt rot und weiß verrückt. Sprach! Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.